Servus die Maul und grüß euch die Buben. Wie ihr sehen könnt, ich bin wieder am Biotop angelangt, da wo meine vermeidlichen Biber waren, was eigentlich gar keine waren, sondern es sind in Wirklichkeit Nutrias. Das Video habe ich schon korrigiert. Da hat der Bernd Korell reich gehabt, das waren wirklich Nutrias. Ich war da gestern mit dem Vorarl herum, habe aber nur das Handy dabei gehabt und da haben drüben ein paar Angler sind auch gesessen und ein paar Altsansässige sind vorbeigekommen und die haben mir gesagt, das sind eine Nutria-Familie mit 8 Vieren und jetzt fahre ich heute noch einmal um und schau, wie die ein bisschen besser draufkriegt. Das Teller ist heute drauf und jetzt warten wir mal an, was wir sehen. ZEBZE ZEBZE Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020